Hallo, willkommen beim Red Talks mit unserem Pench Club Abend mit Mischi aus MML Productions. Servus. Ok, wir können einfach anfangen. So, Teil 5 heute mit Red Hawks MML. Sehen wir mal, wie es weitergeht. Ah, hier war alles wieder aufgeräumt. Das letzte Mal waren die Chaos gewesen. Genau, ja, da war ja was gewesen. Wir gucken uns dann mal unsere Charakterinformationen an. Zurzeit aktive Talente haben wir 3. Genauigkeit 0,4. Energie, Regen 8. Und Abwehr 2,6. Ja, Kämpfer haben wir schon 15 im Gesamt gemacht. 11 haben wir gewonnen davon. Gewinnrat liegt bei uns 73%. So, schon Tag 24. Ok, Anmeldung müssen wir jetzt in zwei Tage. Erst in zwei Tagen, ok. Wie sieht unser Bestand aus? 17 Dollar haben wir noch. Wir haben ein Fleisch noch. Da gehen wir auch nicht mehr. Dann müssen wir Arbeit gehen, oder? Dann haben wir wieder gefluckt. Geld! Dann müssen wir wieder Arbeit gehen. Dann gehen wir mal zur Arbeit. Dann haben wir ein bisschen Kohle verdienen. ein bisschen Muggies kriegen wir auch noch dazu, ein bisschen Ausdauer, ja arbeiten und scheffeln, ja ok, so das war es ja schonmal, 117$ haben wir jetzt, wir trampeln nochmal zum Supermarkt, ja, unsere Erinnerung kommt, heute ist letzter Tag zum Anmelden, das machen wir natürlich, so, wir kaufen nochmal Fleisch und zwei gute Pizza, das restliche Geld haben wir uns auf und dann werden wir erst mal rein gehen, kurz, ok, den zum Trainierer, diese macht gut gestärkt sein, na, wir haben ja kein Fleisch essen, hehehe, alles klar, gut, Energie ja, wir haben hier unser Bank jetzt, wo man hier schön trainieren kann und ein bisschen uns das Fitnessstudio ersparen kann, aber wir müssen noch zu der Handpans, da müssen wir mal noch gucken, 15$ ist das, hm, mhm, so, läuft das gut, ein bisschen Ausdauer noch dazu, ja, so, reicht das noch, um die Mogi-Bode zu gehen, ja, das reicht, weil morgen besteht schon unser Kampf, mhm, Kompatze, ja, so, hm, 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 hm. ich habe schon mal gewonnen es geht so schnell wir haben 7 Talentpunkte darum schauen wir jetzt mal noch kurz beim Talentbomb vorbei ja ich glaube da brauchen wir mehr ich weiß nicht mehr was zuletzt schauen acht Punkte na warum geht das denn ja die sind alle mit acht Punkte ja das brauchen wir als nächstes Feuerbücher alles klar wir gehen wieder zurück und schlafen noch und das ist unser ich habe ein Feld morgen schon in den Kampf das heißt weniger kann man nichts mehr machen nächster kommt morgen kann man nichts mehr machen mit aber wieder essen er hat wieder hohe ja heute trainieren wir nochmal bist du noch trainieren du weißt das letzte Mal einmal trainieren und dann einmal aufgelaufen das ist aber zu viel Training wir haben wir haben Stärke 5 noch das ist ein guter Ding das packen wir heute aber das klappt auch ziel erreicht Training Training jetzt bist du für das ist das ist sogar besser aus als ich zähl erreicht ah sehr gut ja zum 5 ok dann tun wir noch ein bisschen hier ausdauer trainieren Kampf ist morgen morgen müssen wir kämpfen ja das ist morgen ja ok deswegen gewählt es nochmal zu der Handpens ja Handpens ist einfach immer wichtig genug aber noch nicht mal gemacht hat oh ok geht es nur alle zwei Tage hm dann kannst du kannst du wieder trainieren gehen in der Fitnessraum oder ja doch wenn ich auch anfällt Ausdauer haben wir auch fast eh einst im Ausdauer ja wir müssen auch das geschnürzt für die Stürze 10 Dollar ja aber wir brauchen ja noch wieder gut Fleisch dann auch freie mir auch noch tja jetzt geht es aber um hier was weißt wir gehen kurz zum Supermarkt hm wieviel brauchen wir 10 Dollar gell ja 20 warte viel viel Pizza ok dann gehen wir jetzt in den Mogi Bude da kannst du immer grad einen Dollar da dann drehen wir dann noch ein bisschen Ausdauer ja ich werde auch anfangen mit dem andere Gegner der ist bestimmt stark ja wir können mal gucken was unser nächste Kampf ist wir werden kämpfen müssen oh 5N3 wir haben 5N3 ja wir haben 5N3 ja wir haben 5N3 ja wir haben 5N3 und wer ist das unser nächster Gegner unser nächster Gegner unser nächster Gegner unser nächster Gegner ist dann Starwood Jackson oh aber wir sind stärker ja gut ja aber da hat auch viel Talent ja ok wir gehen wieder zurück nach Hause was macht dann da geht wir jetzt in unserem Koffer schon wieder was passiert die Übungshalle da waren wir noch gar nicht gewesen so was neu also was wir an die Lieder lass mich ran du wurdest ausgeraubt nicht wirklich aber ein paar Gratungs fehlen ach aha und deine Gruppe mit Tiermasken sind daran schuld ja woher wusstest du das hast du irgendwas damit zu tun hehehehe nein nein überhaupt nicht aber ich habe diese Koffer schau es ist zu kompliziert das zu erklären aber sowas würde ich niemals tun hm ah aber du verstehst dass ich dich im Auge behalten werde oh wir sind kriminell oh was neu ist dieser Koffer verfolgt mich in letzter Zeit sind zu viele Strukturen was ich gerade ist ein Held und dieser Held das bin ich oh wir werden zum Held hahaha cool die funkelnde Faust jetzt bist du die funkelnde Faust du bist so cool ne die dunkle Faust aha die dunkle Faust ja aha okay wir haben unser Outfit verändert ja jetzt hat der Anfahrer der will Anfahrer ein L-Design ja wir haben jetzt einen neuen Namen ja so vor unserem Training schieben wir uns noch eine Pizza rein oder Fahrschlofe gehen ja dass wir fit sind wir brauchen noch eine Energie dann schlafen wir jetzt bis zu unserem Kampf und der ist heute jawoll das ist doch gut ja Alter schön umstehen so wir haben jetzt ein Fleisch noch rein zack ah die Gefahr war doch nee die Gefahr war doch was nee die waren voll grün ja gut die ist immer grün ja ja nur wenn ein Pfeil ist oder so ist was so wir machen jetzt schnell noch eine 5 ja okay reicht das noch schnell für die Ausdauer ja das die waren drei ja 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 dann würde ich mal sagen gehen wir zu unserem Kampf oder ja ja der hat sich ja auch acht ach ach guck mal ach 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 ich bin mal überlegen aber uhr er hat schon vieler ausdauern auch genauer ob es sie doch ja abwehrmann nicht viel als sie wissen besser aus ach ach wir bekämpfen mal schnelle Reaktion oder auch noch auch Vorurteile erscheint auch ein guter Boxer da zu stehen im auf im den um schimpel so war die Opfer die das sah nicht so gut aus mehr wo mehr in die Abwehr tun und der Schlag einfach zu schnell Montritt Schlagkombination mit Klugel dazu der ist schon stark im Grund der hat noch schön das sieht nicht gut aus nur aufnehmen da macht uns Moor Bruder das war eine starke so ein Mist können wir noch unsere Handpensern ja aber dann ziehen wir 5 Dollar übrigens aber wir können was Neues im Talent ja ah ja das ist ein bisschen das ist ein bisschen das ist ein bisschen aber du willst die Jahre diese großen Kost hier unten Kost dann kriegen wir Motivation wir hatten 10% mehr Stärke wir sind eher um Stärke aus dann müssen wir auch Weg des Bären nimmer weil wir dann um Stärke gehen ok dann nimmer groß naja Lernen Motivation ne das ist ja immer teuer die Punkt Erfahrung ja ja was machen wir? Handpens naja kommen wir mal auf ja oh Energie haben wir viel abgezogen bekommen oder sagt er das einfach kann man nicht ja doch oh sehr gering sehr gering das sollte sich etwas ausmachen ah siehst du dann kann man das kriegt man nicht so gute Erfahrung Erfahrung Punkt dabei oder? hm da kriegt man nicht so gute Erfahrung Punkt dabei oder? wenn sie immer schön halb kaputt dann haben wir nicht viel Energie deswegen das wird gereicht soo wir gehen wieder zurück ne weil wir brauchen Energie wir gehen wir machen schön ne wir sind uns auswohlt deswegen ja wir haben ja wir haben ja eine Fertigkeitsung ok hm dann kriegen wir wieder langsam Hunger hm 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 ja 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 dann muss man wieder Arbeit gehen krän Geld nehmen das ist alles knöpfe das läuft wie das ein bisschen aus dem Ruder ne ja das ist nicht schlau kann man auch nicht hm äh ich werde einfach die Kampfe für den Moment nicht machen oder oder sie mal nicht so stark genug dann schluss man seit drei Jahren zu lassen hm das man seit drei Nächstes das man seit drei Ningen weitermachen ja natürlich weil wir mal zurück und mal wieder stark waren und dann sind wir auch schnell kaputt und und dann können kann schon warum nicht mal Kampfen und dann können kann schon warum nicht mal Kampfen das 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 die sch die 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 aber keine das die 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 iram Wir müssen noch unser Training wieder anfangen, unser Training dürfen wir uns, wie ist das? Ah ok. Ja. Ein bisschen Schlaf gehen, dass wir Energie haben. Tja. Da muss man ein bisschen in die blaue gehen. Was ist das die blaue? Die Abwehr? Geschickt ist das? Das muss man arbeiten. Weil der Modere war einfach sehr stark mit seinen Geschichten geschickt. Nimm erstmal unser Rampenz wieder. Und was bringt Übungen kommt? Bringt das nichts? Ich weiß nicht. Ich geh erstmal heim und trainier jetzt noch ein bisschen. Dass das nicht so sieht in unserem Kampf aus. Anmelde beginnen morgen. Ok. Dann mache ich noch ein bisschen Zeit. Mal gucken, dass wir wieder auf 5 bleiben. Und ja. Weil jedes Mal wenn du schlafen tust, und am nächsten Tag kriegst du immer so... Philipp ja nicht. Aber wir kriegen jetzt 10% mehr. Und beim nächsten Mal, beim nächsten Talent können wir auch 10% mehr kriegen. Mh. 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 wir probieren zu haben wenn es heute war so wurde kommt es an den zwei tagen um heute noch mal mit der Handpens trainieren können jetzt trainieren wir noch ein bisschen alles klar die Bude jetzt sind wir hier das Laufband für uns das Blaue ist die Stichof zu trainieren alles man kann jetzt alles trainieren das ist das ist wenn du guckst er oder er hat schon für den Blau gehalten war mal rückzüge weg das brauchen wir sind mit dem Blum ich noch viel was zu trainieren Griechen Ball wiederum und der Flüter Kugel dass man so ist sind zu beurteilen die Zutaten aus zuhausefahre und erreicht zu anbieter es in der Regel ist der Restorene und so nicht losstehen wieder was zu tun Prozent was los Oh, jetzt haben wir unser Outfit wieder an. Eine blöde Maske. Schnüffel ihr hier oben. Und jetzt finden. Aber ein Kerl im Tiermask. Siegestohle. Ja, das hat Bobo auch gesagt. Wie viel Umfeld? Eine oder zwei verschwinden jede Nacht. Die Lücke. Wie glauben Sie heute noch? Nein, Eisen. Wir können Hilfe von einem starken Kerl mit Maske gebrauchen. Okay, das sieht man, oder? Ich bin der Dunkel für Oz und ich werde euch helfen. Was? Ich bin der Dunkel für Oz und ich bin noch nicht bereit. Ich komme später wieder. Ach, wir sind bereit, oder? Ja, wir sind bereit, oder? Ja, wir versuchen unser Helfer, oder? Ja, natürlich. Toll. Ich bin der Dunkel für Oz. Ich bin der Dunkel für Oz. Lass die Hund in Ruhe. Oh, da ist Stärke 3. Oh, aber das Ding. Ausdauer. Der Achter. unter Abwehr von 10 die Gruppe aber in der Gere nicht viel in der wir haben nicht so viel nun kommen auf jeden Fall mit 9,5 ja dann hat er sich in der Nähe nicht nur gemacht 10,4 Abwehr ja aber starke Abwehr wo es in der Nähe er hat sie zu sehen Jürgen Buster für gesündet mit 6 7 das ist das ist für die Brüder aus und dann gut geflugt Ritter Rüster okay wir versuchen er wurde immer als die Ballers von Junge 7 zu tun aber dann wenn man trifft und mit er war gut aber wir haben schon gut in den Betroffenen auf seine 100 Prozent 6 und 7 sich der hat schon viel Geld aber uns in Ordnung Energie das ist nicht gut und er hat noch 50 Prozent bei er das ist so ein weiter Das zählt uns viel zu viel Energie. Wenn ich wieder drifte, dann fahren wir schon wieder rum. Ich fälle in viel zu viel Energie. Das wird nur heute kommen. Vieren für sich ohne Zähne. Ich kann ja nicht die Energie wieder umfühlen. Ich kann mir voll auf dem Zeven. Alles oder nichts. Oh, du Scheiße. Ist das wie ein Komiker? Boah! Na, das verliert man. Hohohoho! Oh, dein Komiker. Minus 6? Ach Gott, wir haben gar nichts bekommen. Was wie immer? Minus 6? Ja. Wir haben nichts bekommen. Boah. Ich habe mich wohl überschätzt. Ha, 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 ha. Ich habe mich wohl überschätzt. Na, sagen wir mal, schaffen wir es. Ja, aber ich muss mich besser vorbereiten. Ach, das ist ja. 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 Das war die Hammer an die Kampflur, oder? Na, das war ja nichts, ja. Na, das war ja nichts, ja. Na, das war ja nichts, ja. Na, gut, aber, können wir auch nicht immer gewinnen, oder? Und das ist unser Kampf, in zwei Tage, okay. Gut, was ist mit Energie, warum auch immer wieder? Wir reagieren aber nicht mehr so viel. Wir müssen ja erstmal Fleisch essen. Und auch Einkauf muss man auch wieder machen. Ja, aber... Wir können noch ein bisschen trainieren. Oh, Telefon. Ein Moment. So. Wir schlafen noch ein bisschen. Dass wir wieder topfit sind. Ja, das kommt gut, ja. Jawoll. Wir schlafen gut. Wir gehen noch in den Supermarkt. So. Unser Kampf besteht ja erst morgen. Hm, Abu. Jawoll, Abu. Jawoll, Abu. Das ist schon was Gutes für uns. So. Wir gehen wieder zurück. Jawoll, wir joggen. Jawoll, wir joggen. Das heißt, Kampf ist morgen. Wir werden noch ein bisschen. Und arbeiten ein bisschen. Denn wir brauchen noch ein bisschen Fleisch. Jawoll, wir wissen mal, dass das heute ist. WIEN im Moment nicht. Ich versuche diese heute mit . Also, wir stellen noch ein bisschen zurück. Ich versuche das jetzt noch ein bisschen zu tiefen. Nee, das ist noch ein bisschen. Und dann ist das jetzt. Das ist noch nicht leicht. Da ist nur ein bisschen. Da ist genau das. Das ist jetzt nicht so etwas. So, alles sieht gut aus, gute Übung. So, alles sieht gut aus. So, alles sieht gut aus. Denn nur bei guter Energie können wir gute Kampfgewinne. Drücken uns noch Fleisch rein. So, jetzt sieht es doch auch schon sehr gut aus. Jawohl, wir joggen zur Fuß hier. Wir machen unsere Ausdauer noch ein bisschen hoch. Joggen, 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 joggen. Ein bisschen hart trainieren. Und jetzt müssen wir kämpfen. So, jetzt kommt es gut aus. So, jetzt kommt es gut aus. So, jetzt kommt es gut aus. Ah, das sieht doch gut aus. Irgendwann machen wir eine kleine Dersche-Runde Kau. Jawohl, das sieht doch gut aus. Oh, wir haben einen neuen Freund. So, ich bin zurück. Und ich würde mal sagen, das war schon mal für unseren fünften Part. Okay, dann... Wir haben gerade noch einen Kampf gewonnen, dass du das gar nicht mitkriegst. Ah, nein. Ich werde auch einfach in dem Abschnitt sehen. Okay, alles klar. Okay, dann sagen wir mal auf Wiedersehen. Bis zum Action-Part. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.